hallo herzlich willkommen ich bin der simtex wookie und ich begrüße euch ganz herzlich zu einer folge lego marvel avengers wir fangen gerade an das ist die erste mission wir haben es zwar schon einmal durchgespielt auf der 360 und das ist jetzt aufgenommen auf der one ich werde die einzelnen missionen ein bisschen kürzen ja dass ich in hd rendern kann mir sollte hier keine schlechte grafik anschauen also hd heißt 1080p und keine 720 und ja wie gesagt wir fangen gerade an das ist die erste mission wir haben das spiel schon fertig sprich wir haben schon alles gefunden alle erfolge und ja alle charakter alle fahrzeuge und so weiter die ganzen aufgaben gemacht wie zb den steinchen regen den erfolg was knifflig war das alles werde ich euch heute hier zeigen heute natürlich nicht aber den nächsten folgen ganz klar sollten fragen bestehen was er sich braucht ihr ein erfolg oder hat noch nicht gefunden und ich kann euch helfen tut das gerne schreibt mir einfach und ich werde vielleicht das video vorziehen das was ihr braucht das dazu ich wünsche viel spaß zu lego marvel adventures und wir hören uns gleich wieder haut rein ciao euer woki echte helden sollten nie zu stolz sein um um hilfe zu bitten jetzt schon probleme aber nicht doch jetzt 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 in Was ist das? Untertitelung des ZDF für funk, 2017 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 Dankeschön. 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 Dankeschön.